Hallo und herzlich willkommen zurück bei DeadAlt. Das würde zählen müssen wir noch lernen. Ja, mit dem richtigen Anzählen, weil du nach... 3, 2, 1, oh, und los geht's. Entschuldigung. Auf jeden Fall, wir zeigen euch jetzt ein Geheimnis, ein Versteck. Und die anderen können es besser erklären, was wir hier eigentlich zeigen. Genau, wir haben ja in einem Bunker diesen Schädel gefunden. Und den müssen wir jetzt hier abliefern. Also, wir können mal auf die Karte zeigen, wer es selber finden will. Guckt halt jetzt kurz weg. Wir befinden uns nämlich jetzt hier auf diesem Felsen. Und da findet ihr ganz unten so ein paar Bretter. Ja, das sieht man hier. Genau, da gibt es ein paar Bretter. Und da könnt ihr dann hochklettern. Und ja, hier sind dann von diesen roten Pfeilen welche da. So, und jetzt könnte ich hier... Wir haben hier auch noch was zum Öffnen, sehe ich gerade. Hallo, aus der Pferde. Das sind schwache große Baseballschläge. Hallo. Hallo. Ich bin ganz weit weg. Und da ist mir Fahne mit ein paar Schädeln und... Können die auch halten oder muss ich das machen? Äh, ich glaube, wenn ein... Es kann immer nur einer halten. Okay. Es kann nur einen geben. Oha. Da sieht's für Stören aus. Knack. Wow, fuck. So, jetzt haben wir jetzt... Developer 666 Craft. Yep. Okay, kannst du eine nehmen oder was? Oder wie? Ich glaube, das konnte nur ich nehmen, oder? Nee, ich kann's jetzt auch. Sammlerstück gefunden. Das ist ein Bauplan, den könnt ihr alle nehmen. Nein, das ist ein Sammlerstück. Ja, Sammlerstück. Okay, gucken wir uns das mal an. Genau, und dann darf mir irgendeiner von euch nachher irgendwann mal dieses Teil machen. Erstellen, ich kann es ja nicht. Ah, da, das ist ein, genau, Bauplan. Anzeigen bitte? Äh, beware the power of Glover. Ach schon, dass die left hand of Glover, alles klar. Left hand of Glover benötigt die Gegenstände 5 Diamanten. Ja, 10.000 Dollar. Okay. Liebe Freunde, ihr müsst wissen, ich habe... Ich habe 4. Ganze 1.720 Dollar. Ich habe 6.000. Ich habe 4 Diamanten. 13.000. Dann können wir alle zusammenlegen, dann können wir es einmal herstellen oder so. Ja, ich habe 3 Diamanten. Ich habe 4.000. Dann können wir das in den Pieces hier in die Schliebe kurz hängen. Genau. Ja, perfekt. Dürfte so ungefähr, ungefähr reichen. Jetzt haben wir alles gesehen, oder? Genau, jetzt geht es dann auch endlich mal weiter... Nein! ... in den nächsten Abschnitt. Was denn? Bist du gestorben? Hä? Nee, bedu. Hä? Falsch. Nein! 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 Nee, du... Wo bist denn du jetzt gespawnt? Nein, warum denn nicht hier schon wieder? Darf ich fahren, bitte? Darf ich mal fahren? Ja, darf fahren. Hä? Ich habe keine Lust mehr zu fahren. Wir holen dich jetzt ab. Aber ich möchte gerne in den neuen Akt fahren, wenn es geht. Nee, ist egal. Ja, okay, aber ich hole Medu ab. Ja, danke. Ey, das ist doch nett. Was ist jetzt... Ah, ich bin erschöpft. Das war's. Alle drin? Ja. Warum habe ich dann jetzt gleich bei euch gespawnt? Ich meine, ich bin ja nur gestorben. Ja, wir fahren in die Berge, ja, wir fahren in die Berge und der ganze Bus muss pipi... Hm? Oh je! Pipi-Pausen gibt's nicht. Alles hier. Kennt ihr das nicht? Nee. Was seid ihr denn für Kulturschweine? Äh... Kultur-Banausen. Also, ich komme immer noch von den blauen Bergen. Von den blauen Bergen, komm wie wir. Unser Lehrer ist genauso doof wie wir. Hey, ho. So, hier guckt, hier fährt man... Hier fährt man und dann fährt man hier links. Wir müssen aber rechts, weil... Äh, rechts, ja, das andere links halt. Richtig, Legastheniker. Kennt ihr das nicht? Das war in Aladin mal drin. Jetzt links! Der läuft rechts. Das andere links! Das kann gut sein, hab ich ewig nicht mehr gesehen, den Film. Das war auch nicht der Film, das war in der Serie hier. Achso, die hab ich glaube ich nie gesehen. Also in zwei Imports, war mir jetzt ja Chann doch nett. Aber egal. Ich möchte jetzt gerne auch was machen. Ja, 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 ja. Also, tut mir leid, aber... Ich hab da gerade auch keinen Lust mehr drauf. Da wird mal wieder Zeit für einen... Einsteigen, Medu. Jawohl, ich war in der Karte. Jetzt. Du bist... Zu spät. Kannst du denn herlaufen? Komm her! Nein! Nein! Ja, komm, steig ein, Medu. Ich möchte gerne mal... Weiter gehe ich nicht auf dich zu. Nein, Gott, dann gehe ich eben noch ein bisschen auf dich zu. Ja, sie ist drin, kannst fahren. Endlich. Muss ich dich lotsen? Äh, nee, ich glaube, ich weiß, wo es lang geht. Kannst du mir ja sagen, wenn ich mich verfahr. Ja. Perfekt. Dann schließen wir das schon mal ab. Ah, Zombies! Die nächste... Es kommt rechts noch in die nächste links. Wie? Ja, geradeaus geht ja eh nicht, weil... Achso, weil der Bus... Doch, doch, da kommen wir rechts dran vorbei. Ja. Jetzt einfach nur den Straßenverlauf folgen und bei der nächsten Abbiegung dann irgendwann rechts. Rechts! Für das deutsche Volk! Das gibt bestimmt auch ein Content. Ja, ja, genau. Hitler-Content. Ich meine, ist ja nicht so... SS-geclaimed. Ist ja nicht so, dass das... Äh, Wolfenstein... So, und jetzt dann die nächste... Ich glaube, wir geht's um links. Nicht geradeaus? Nee, links. Links. Okay. Jetzt folgst du einfach nur immer weiter die Straße und dann kommst du automatisch... ... vom Automat schon in den nächsten Platz. Ja, dann ist ja gleich der Tunnel da. Ah! Wo ist... Der hat nicht mehr gelenkt. Bei mir hat er geleckt. Bei mir hat er nicht gelenkt. Ja, ich glaube, wenn du irgendwie mehr als zwei Tasten gleichzeitig drückst, dann... Ja, ja, dann schmiert er ab. Ich hab's gerade getestet. Atem los durch die Nacht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Ich hasse es. Das ist so ein Scheiß-Ohm-Ohm. Das ist so ein Bescheuertes- Ja, dann hab ich dir die auch gezogen. Oh, scheiße, ich bin ein Explodierer. Pass auf, jetzt kommen wir gleich so voll die fette Zombie-Beute und... ... und das Video läuft da rein und dann... Atem los durch die Nacht. Ich höre nichts mehr. Ich höre nichts mehr. Uh, Herausforderung beendet, Verkehrsstau. Na, endlich. Dann können wir jetzt auch mal wieder fahren. Das hab ich dir so gedacht. Ist das Verkehrsstau eigentlich das mit den Kilometern oder ist es mit denen so viele Leute überfahren? Ich glaube, das mit denen Leute überfahren. Was denn? Das weiß ich nicht. Das Roadtrip ist auf jeden Fall gefahren, ne Kilometer. Ja. So, gleich da. Also, ich sag's im Vorrein. Im nächsten Akt werden wir einer wie nicht fahren lassen. Juhu. Juhu. Wieso? Ich bin doch nur extra langsam gefahren, damit wir die Aussicht genießen können. Ja, aber da, wo wir jetzt sind, da ist es echt ekelhaft zu fahren. Ist doch egal. Ich fahr immer gern. Ja, aber, äh, da sind wir, da sterben wir. Wenn du Opa anhältst. Wir müssen da flü- Ja gut, wenn du mir sagst, dass ich nicht anhalten soll, dann schaff ich das schon. Ich halt hier hier nur an- Ah, die Kollegen. Oha. Ich hab Raserei. Ja, ich auch. Anmachen. Alle, die Raserei haben, anmachen. Aber ich kann nur Messer werfen. Rein. Raserei an und da, also warte. Jetzt noch nicht. Ja, ja. Warte mal, wir können uns richtige Waffe ausrichten. Folgt mir. Äh, ich sollte auch reparieren, weil meine Waffen sind kaputt. Ja, deswegen, Raserei. Hier, hol dir noch danach. Dann muss ich ihr vorgehen, ihr habt Raserei. Hast du keine Raserei? Nein. Dann, äh, Medu, du kümmerst dich dann um den Kleinen hier bitte. Ja, ja. Dann ein paar Kleine, die kümmerst du dich, okay? Ach, ich mach die mit. Seid ihr bereit? Ja. Okay, und? Los. Das war's. Gut. Sehr schön. Wunderbar. Das war doch sehr geschmeidig. Aufstieg. Hab ich gar nicht gesehen, was ihr für Quatsch hier macht. Ja, wir haben den Grad. Das ging ja wahrscheinlich. Ja. Ich mein, ich hab mit meiner Raserei die Kleinen ausgeschaltet. So, wir müssen mal grad die Glotten ausmachen. Ja, den. Den stört das auch schon. Leute, erstmal hier grad hoch. Hier sind Fakt. Ja. Wo ist hier? Ich komm nicht hoch. Hier. Wo der PC lang geht. Da, wo ich oben bin. Flop. Ja. Und? Eine Frucht. Okay. Ja, wir müssen sie jetzt nicht zu schweigen bringen. Dann, hier ist auch die Bergbank, da können wir gleich hin. Da kannst du halt auch reparieren. Oh ja, das wärst du super. Aber jetzt brauchst du noch nicht. Ähm, ich würde aber trotzdem reparieren, weil... Geh schnell reparieren. Geh schnell reparieren. Ja, ich bin ja dran. Wirst du, komm mal da jetzt grad nehmen zurück? Doch, können wir schon, aber... Ja, ich glaub, da sind zwei Zombies drin oder so. Hm. So, ja, gut. Okay, äh, so, jetzt. Ja. Ich bin da. Gut. Dann würde ich mal auf. Kann ich nicht. Kann doch nix drücken. Dann mach ich. Ja. Ja, konnte auch nicht. Kümmern wir dich mal, große Mantrum. Wisst. PC ist ein Original Umschein. Bei uns macht der PC nicht. Ja. Ja, ich hab diesmal ein paar Schläge gebraucht. Oh, das ist ein großer. Und er danzt richtig. Das war... Das war... Hier ist ein Bauplan, Leute. Doch, ich hab einen Schlüssel. Mittleres Medikid gefunden. Hier ist ein... Habt ihr den Bauplan? Ja. Nein. Das ist ein sehr schöner Bauplan. Oh, Giftverteilung. So, Glocken aus. Wunderbar, wir haben es geschafft. Juhu. Dann wird das Spielquest. Kuss. Uh, gefährlicher Streitkolben. Cool. Na, komm. Willst du meinen haben? Ich guck mal grad. Äh. Das Spiel macht keinen Unterschied. Äh, ich hab 281,50. Ach, mein Inventar ist voll. 319 hab ich, ja gut. Dann ist Medus ja besser. Kann ich meinen Strick verkaufen gehen. Was? Nein, ich hab 200. Ja, ich glaub, meiner war auch voll, äh. Nein, nein, ich hab nur 247. Aber plus. Ah, mein Inventar ist voll. Ähm, jetzt weiß ich keine Ahnung, welches davon... Ich suche jetzt erstmal einen Händler. Ich muss das Zeug loswerden bringen. Betet zu mir, meine Jünger. Ich das, ja. Wie sie mich alle anbeten. Oh nein. Jetzt rede ich mit jemandem. Das ist der Händler. Ah, doch, okay. Boah. Boah. I was able to evacuate here. Nee, das ist nicht so toll. My wife and daughter, they didn't make it. Die gönne ich mit. Oh, warte. Der hat eine Tonpfanne, ne? Für dich sieht so gut. Oder der. Was ist der oder die Tonpfanne? Das Tonpfanne. Das Tonpfanne. Okay, was habe ich da? Brauchen wir eigentlich Alkohol noch? Ich glaube nicht. Äh, Leute, ich habe jetzt aus Versehen mit jemandem geredet. Kaltblütig. Erlöse Mugam, der ist Ehfrau und seine Tochter von ihrem Leid. Schwierigkeitsgrad Mittel, Belohnung 1.500. E4, schwere Pistole. Nimm schon an. Ja. Gut, dann kaufe ich mir die Sische. Die hat 346 mit 60 Schaden. So ist ja sehr nett. Ja, 253. Die gönne ich schon. So, klar. So, da ist der Händler. So, jetzt kann ich mir das Zeug loswerden. Kann ich für dich fragen? Ja, wir nehmen einen Blick. Okay. Hey, da ist... Ah, da ist die Eil... Da ist unsere Lagerung. Ja, das ist... Die ist jetzt hier. Ähm, soll ich die schwere Pistole einlagern? Nein, du brauchst die jetzt. Okay. Wir brauchen jetzt auch Waffen. Moment, Moment. Ich habe mir noch zwei Waffen hingeschmissen. Also, eine mittlere Revolver und einen verformten Revolver, wenn jemand haben will. Ähm, PC, du brauchst diese Streitkolben nicht, ne? Ja, warum... Den Streitkolben 319, brauchst du den? Äh, nö. Kannst du haben. Ja, dann verkaufe ich mich dazu. Äh, oder... Also, ich habe hier... Ja, meine ist wahrscheinlich auch zu niedrig. Eukam, ich habe drei Pistolen. Das Magnum von dir, also was du gefunden hast, 429. Habe ich mittelmäßig schwere Pistoles, 261. Und brutale Pistole, 256. Was waren wir denn zwei, die nicht so gut sind? Ich habe jetzt 261 plus 90. Aber kann natürlich nicht mehr aufhören, also ich nehme eine davon. Ja, soll ich einen davon verkaufen, oder was? Die kann ich mir einen geben. Achso, ja, welche willst du denn? Oder wie viel brauche ich? Ähm... Ich zeige dir jetzt einfach nur beide, und dann machst du was draus. Ähm, braucht jemand noch die Revolver? Ich würde die sonst verkaufen. Fallen lassen. Ich habe nämlich eine schwere Pistole. So. Ja, wie gesagt, ich habe die Revolver weggeschmissen. Ich werde die, glaube ich, auch mal verkaufen, anstatt wegschmeißen. Aber... Ja, jetzt habe ich sie halt verkauft. Hm. Aber wir müssen sowieso noch mit Mutter Helen reden. Nee, wie gesagt, das ist ja egal. Die 200, 300 Dollar kommt es ja auch nicht mehr an. Obwohl langsam wird es wieder ein bisschen knapp mit dem Geld. Hat der eigentlich Munition? Ich glaube nicht. Okay. Ich darf eine wieder fallen, ja? Ja. Danke. Ich setze die, die ich verkaufen kann, oder die ich meine? Selbstmörderfleisch. Hm? Willst du meine auch noch haben? Meine verformte Revolver? Wer, ich? Ja. Dann kannst du die verkaufen. Ja, okay. Jetzt sagt mir nicht, dass ich die verkauft habe. Bitteschön. Jetzt wo? Ach, jetzt. Hast du sie? Genau, also ich kann nicht die beide verkaufen. Ja. Perfect. So, jetzt muss ich mal gucken. Also ich habe genug Geld, wenn ihr etwas kaufen wollt. Wenn du Geld hast, könntest du mir gleich mal was upgraden. Ja, ja. Oder so. Nein, wo ist das hin? Hat irgendjemand meinen Schockdinger gesehen? Er hat... Warum hast du diesen Revolver hochgradiert? Ach nee, nee, nee. Du... Nee, mir nichts upgraden, bitte. Weil... Es wird dann schlechter. Es wird dann schlechter. Hm. Is something good in here? Warum kann ich meine Sachen nicht zurückkaufen? Kannst du unter Zurückkauf? Einer wie? Ja, war ich gerade, aber irgendwie fehlt mir ein Messer jetzt. Einer wie? Ja? Kannst du Sichel schmeißen? Äh, natürlich werfe ich schon die ganze Zeit. Wir können alles schmeißen. Willst du eine, äh, Sichel haben, die ist noch nicht upgradet? Oder? Warte. Ich weiß aber nicht, wo ist jetzt meine, meine, äh, Schockwaffe hin. Möchtest du eine böse Sichel haben, die 305 plus 55 Schaden macht? Wenn ich das überhaupt nutzen kann? Ja, benötige ich die Stufe 17, die kann es nutzen. Ja, ich, das ist besser als der Großteil von den Sachen, die ich hab. Dann gib mir nur irgendwas, was du noch nicht, dann nicht mehr brauchst, damit ich, äh, was verkaufen kann, weil ich brauch Kohle. Okay? Hier ist ein Stockmesser, Stock, äh, Schock, war es das? Ja, wo, 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 wo? Stufe 17, hier, wo der Dicke war. Dann hab ich die Idee mir in den Kopf geworfen. Leute, ganz kurz, wie gut ich der Bauplan schocker? Ja, gut, den nutze ich die ganze Zeit. Ja. Achso, darf ich den machen? Ja, klar. Natürlich darfst du den machen, doch machen das so will. Ja, weil, ja, weil, keine Ahnung, weil, vielleicht, ja, aber, ich frag mal lieber. So, jetzt dann. Oh, mein Schocker. Äh, ich hab hier vorne irgendwie was fallen lassen, da. Nix, hilf mich. Ein schwacher, böse Doppelklinge. Los, betet mich an. Peace, das hab ich auch schon versucht. Ja, so, jetzt kriegst du mal, jetzt kriegst du die böse Sichel, ne? Liegt. Ja, ich hab dir noch was hingeworfen. Mir noch was? Ja. Ja, gut. Ich mein, ich kann eh nicht mehr tragen, deswegen brauch ich ja nicht. Und ich muss verkaufen, dann kannst du, dann hast du jetzt ne bessere Waffe und... Was soll's los? Äh, Moment. Kommt dich günstiger als ich werde ein Händler, ne? Ja, und ich hätte hier noch was, wenn du willst. Ja. Alles, was ich zu Geld machen kann. Okay. Liegt auch da. Danke. Okay. She's in bad shape. Gut. Peace. Wenn du angebetet werden willst, dann musst du's so machen. Ne, danke. So. Was hab ich jetzt hier bekommen? Ach, hier, die Schwer-Machete. Ist okay. Ja, aber mit der rechten Hand. Du kannst die Keule auch werfen. Ja. So, jetzt kann ich mir den Knie noch ein bisschen upgraden gehen. Okay, bitte nicht weg. Oh. Toll, ein Upgrade für die totale Pistole und das war's. Geil. Ja. So, dann hätten wir das auch. Ähm, braucht denn jetzt jemand noch was zu konfizieren? Nö. Das ist erst für mich. Ach, du Scheiße. Ähm, ich brauch Heilung. Ja, so wird. Heilung? Ist ja hier genug. Ja, ich... Ähm, ich bin gerade wo runtergefallen. So, ich bin jetzt, ich bin jetzt vollgefressen. So, ähm, ich brauch jetzt noch einen Medi-Pack oder zwei. Aber wir sind immer noch in der Folge, merke ich gerade. Jaja, machen wir dann. Und das Zwischen, ich... Aber ich glaub, wir haben jetzt soweit auch alles fertig. In der nächsten Folge reden wir dann mal mit Mutter Helen, da unten. Und dann geht's auch direkt weiter, schätze ich mal. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.